Herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Hier findest du eine riesige Auswahl an Sex-Videos. Alle meine Videos sind in diesem einen Video verlinkt. Alles was in die erste Hälfte, die du gerade siehst, nicht reinpasst, findest du, wo auch sonst, in der zweiten Hälfte. Wenn du mit der Maus auf einen meiner YouTube-Freunde klickst, kommst du direkt zu dem Video, welches er oder sie für mich angesagt hat. Jetzt solltest du dich aber beeilen, denn gleich ist der erste Teil schon vorbei. Hallo zum zweiten Teil. Also hier oben ganz wichtig, der Abo-Button, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, wichtig. Hier vorne die Krankheiten, ja, dahinter die Playlists. Ja, mehrere Videos eben in einem. Da unten gibt es alles zum Körper, also von Männern und Frauen. Ja, dann haben wir Spaß-Videos, irgendeinen Nonsens. Hier haben wir die Sex-Spielzeuge. Ja, hier unten haben wir das Frag mich, also Frag Jan. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr fragen. Hinten haben wir die Top 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die ihr oder ich am besten finden, die kommen da hin. Oben, ja, da gibt es ganz neue. Hier, bling, bling, zack, alles neu. Und ja, hier Verhütung, wenn ihr nicht so als Männer bzw. als Frauen so unterwegs seid, dann wenn ihr zu zweit, ja, da was macht, dann müsst ihr das beachten. Das war's für heute. Tschö! Äh, Moment, macht's gut und sicher!